100% Orange Juice! Beziehungsweise Let's Test. Mal schauen, wir schnuppern einfach mal in das Spiel hinein. Es heißt 100% Orange Juice, also 100% Orange Saft. Der Name ist schon nicht schlecht. Es ist ein kleines Anime-Game, wie ihr vielleicht an einer niedlichen kleinen Stimme gerade gehört habt. Ich würde sagen, ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen, ich habe keine Ahnung. Ich habe es gesehen und dachte mir so, okay, sieht cool aus, irgendwie. Ist leider komplett auf Englisch, also man kann nur die Sprache Englisch, Japanisch, Chinesisch nehme ich an und Koreanisch auswählen. Ich weiß es nicht ganz, denn die drei anderen Sprachen, die zur Auswahl standen, waren komplett in Symbolschrift. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich nehme an, Japanisch, Chinesisch und noch eine in dieser Ecke. Daher nur Englisch leider. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Es sieht irgendwie cool aus. Es sieht irgendwie cool aus. Ich würde sagen, wir starten. Ah, es wäre dieses kleine Anime-Objekt, gefällt mir, finde ich schön. Configuration. Game Speed. Slow, fast. Äh. CPU-Characters. Random. Screen. Fullscreen. Animation Speed. Sound. Music. Das finde ich okay, das kann man so lassen. Effekte. Hm. Das kann man ruhig laut lassen, das ist okay. Ah, Musik vielleicht. Ja so, hä? Okay. Voices. Gut. Da würde ich sagen, back. Das klingt so süß. Okay, los geht's. Also, ich wünsche, ich wünsche, ich könnte Japanisch. Ohne Scheiß. Ich wünsche, dass, wenn ich die Wahl hätte, zur Schulzeit, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Ja, man könnte ja sich sogar auswählen, ob man Französisch lernen möchte in der Schule. Ganz ehrlich, keine Sau braucht Französisch, keine Sau will Französisch lernen. Hätte ich zur Auswahl gehabt, ich hätte sowas von Japanisch gelernt. Ja? Von mir aus lass Englisch weg. Ich nehm Japanisch. Weil, das würde mich interessieren. Okay. Wir spielen eine neue Spiel. Ich weiß nicht, ob wir es einlassen müssen. Ich hab keine Ahnung. Ich starte einfach mal. Oh, wir müssen den Namen geben. Äh. Wo ist es? I. Tani. So. Okay. Äh. Warte, warte, warte. Okay, wir müssen jetzt unseren Charakter aussehen mit dem spielen. Merk? Mark? Merk? Little Aviator? Suguri? Only one human. Der einzige wirkliche Mensch. Oh ne, es ist nur ein Mensch. Äh, ja, die Augen. QP? Seeker of Pudding. Wat? Wat? Warum Pudding? Wat? Ich ne. Da steht sogar mal was dazu. Okay. A girl who loves to fly through the sky. Good attack and defense. Can deal direct damage with her Hypercard. Medium difficult. Okay. Äh, ein Mädel, was gerne durch die Lüfte fliegt. Und. Und. Ne guten, ne guten, ne guten Attack und ne gute Defense hat. Sie kann direkten Schaden austeilen. Mit. Hypercard. Der Schwierigkeitsgrad sie zu spielen ist Medium. Okay. Wenn wir noch den Kai hier hinten. Der Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen hat. Ein einfacher Typ. Ein einfacher, ne? Ein einfacher Typ. Was? We lost his wallet. A well rounded battle character. Easy difficult. Also so ein einfacher Typ, den es halt überall gibt. Der, ja, von allem ein bisschen was kann im Kampf. Quasi. Und der ist easy zu spielen. So, Guri. Over 10.000 years old. Really fast. An all or nothing character. Will realize on her high evasion for survival. Expert difficult. Ein 10.000 Jahre altes, sehr schnelles, ein sehr schneller alles oder nichts Charakter. Mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, um zu überleben halt, ne? Also benutzt die hohen Geschwindigkeit, um zu überleben. Expert difficult. Also da brauchen wir schon den Expert dran. A fool of a dog. What? Achso. Achso, es ist ein deines Hundemädchen. Achso. Will du anything for the sake of pudding? The perfect all-rounder. Who can adjust to any situation? Ja, also das ist so ein all-rounder. Der kann eigentlich alles. Oder passt gut, ne? Situation. Medium Schwierigkeit. Ich würde sagen, wir spielen. Wir spielen hier. Wir spielen das. The pudding. Das ist so gut. Okay, spielen wir. Ja. Guck mal, irgendwie so. Warte, 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 warte. Oh. Die ist Debrie. Yay, die freut sich auch. Ja. Ja, ist cool drauf. Und hier? Die freut sich. So. Freeplay. Hopp, hopp, hopp. Ja, finde ich gut. Shopping. Campaign. Player Info. User Guide. Äh. View your daily multiplayer challenges. Gibt's multiple. Was ist denn das? Es ist so, ich hab bloß ein paar Ausschritte vom Spiel gesehen. Es ist so eine Art, man hat wie so ein Brett, also wie so ein Lufeprett, wie Monopoly oder so was. Und dann muss man irgendwie mit dem Anime-Karabkehren irgendwie kappen. Und ich weiß es nicht. Ich hab da bloß im Bildern gesehen und sagte mir so, oh cool, es sieht nach Anime aus. Will ich mal testen. Ich hab keine Ahnung, auf was wir uns hier einlassen. Wir testen es einfach mal. Und los geht's. Freeplay. Create lobby. Join lobby. Back. Oh, warte mal. Shopping. Wir machen die Kampage. Low performance for all CPU-Characters. Original. Extreme. Ich hab keine Ahnung, auf was wir uns einlassen. Ja, guck mal, sie freut sich. Immer ein Casual. Episode 1. Video. Leg mal los, was ich sagen. La 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 la. Hm. Tup 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 tup. Also, ich muss was drücken. Okay. I'm having pudding for a snack today. Ich hab also pudding für einen kleinen Snack zwischendurch. Drum roll the day after every single day. Pup. With the dash. Wait. What's going on? Was ist los hier? Puh. Pupu. Was Marie Pupu. Ach, die Backe. Okay. Eine seltsame Kreatur. Du hast selber solche Ohren und, ne? Also, hm. Selbyspiel. Hey, you there. Hunde, also, hey, du da drüben. Hunde, Mädchen. Fang das kleine Mädchen. Äh, was? Puh. Haha. Geschnappt. Was ist nett? Was hat es geschnappt? Oh nein. Pupu got the pudding. Mein Pudding. Die hat den Pudding geklaut. Nein. Was? Warum? Pupu gräbt sich ein? Nein. Pupu. Mein Pudding. Geh mich zurück. Nein. Pupu. Looks like there's something fun going on. Sieht so aus, es ging hier irgendwas sehr lustiges ab. Ich habe keine Zeit für dich, Yuki. Komm, später wieder. Okay. That QP. Wo the heck does she think she is? Äh, diese QP. Was denkt sie zum Geil, wer sie ist? What are you doing, Doggill? Pupi. Pupu is coming your way. Was tust du da, Hundemännchen? Sie kommt in deine Richtung und auf deinem Weg. Okay. Ich habe verstanden. Pupu. Alter Name. Okay. Was? Change characters? Nee. Ich finde die ganz cool. Was haben wir hier? Dash. For this turn, roll two dice for movement. Okay, wir können zweimal würfeln, um eine Geschwindigkeit zu erlangen. Saki's Cookie. Hielt ein HP. Das Spiel, das, so wie das jetzt bis jetzt von der Optik und alles her gemacht ist, ja. Ich feier sie jetzt schon. Ich finde sie jetzt schon cool. Stock effect. Next time you land on a drop panel. Players. With the highest number of stairs. Stars will lose the same number of stars as you. Okay. So ganz. Was I'm on fire. During this battle again. One attack. Okay, wir kriegen einen Angriff dazu. Ich weiß halt nicht, wie das. Was? Was? Ich save das? Ich save das? Ich denke, es ist richtig. Ich weiß nicht. Wir können nichts machen. Also wir kriegen schon später auch noch neue Karten dazu. Rabbids. Abits. Abits. So was. Keine Ahnung. Doing this battle again. Zwei Defenses. Wir, äh. Wir kriegen sogar ein Battle, zwei Defenses dazu. Wir können aber uns nicht, also wir können nicht ausweichen. Okay. Bad Pudding. Oh, oh. Discard a random card. Wähler eine nicht zufällige Karte. Mewes Hammer. Macht ein Damage. Dangerous Pudding. Gefährlicher Pudding. Äh. Stapel-Effekt. Your next turn will be skipped. Okay, nächste Runde wird geskippt. Her and dare. Hier und da. Oh, players are moving to randomly chose panels. Okay, also, äh, jeder, wenn du dich spielst, springt alle zufällig irgendwo hin. Oh, ich kann die Posen nicht machen. Die Posen will ich haben, die ist cool. Wenn ich die Kno. Oh. Man kann die Kno noch ändern. Herkot. Wie cool. Ist das sowas? Ja, schön. Oh, cool. Oh, yeah. Ich bin die coolste. Oh, yeah. Das ist voll gut. Gefällt mir. Jo, kommt, wir erstatten. Ready. Hallo. We're playing with a full deck of cards. Achso, ich muss hier die Karten... Achso, oh, jetzt check ich das. Entschuldigung. Warte. Okay, jetzt check ich das. Ja, Entschuldigung, ich muss nochmal ganz kurz. For this turn. All two dice for movement. Okay, das finde ich gut. Und wenn wir überall hinge... Dritt. Dangerous Pudding. Meine nächste Runde wird geskippt. Ich weiß ja nicht, ob ich das brauche. Dass meine Runde auch mal ausgesetzt wird einfach. Weißt du, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich muss erstmal testen. Ah, Damage ist immer gut, denke ich. Hm. Wie leidet eine zufällige Karte aus? Was healen ist immer gut? Starfell-Effekt. Next time you land on a drop panel. Wir landen auf irgendwas... Pane... Also irgendein drop... Also irgendein Feld landen wir. Bis der highest number of stars will lose the same numbers of stars as you. Oh. Da können wir uns nicht mehr bewegen. Ich will ja nicht, ob es sinnvoll ist, ne? Das ist nicht sinnvoll. Nee, das nicht. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Keine Ahnung. Wir spielen ja alleine. Also ist das... Alle Spieler, die gerade im Spiel sind, also nicht nur Player, also nicht nur, ne? Sondern auch NPCs. Ich werde einfach mitkommen. Ready. Player 1, Player 2, Player 3, Player 4. CPU, New, CPU, CPU. Okay. What? What? What ist das? Was passiert hier? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Player 3, New Turn. Move Card Info. Was müssen wir denn machen? Okay. Das ist sie. Das ist sie. Level 1, HP 7. Ach so. Und wenn die jetzt, äh, K.O. geht? Deep Attack Quince. Das sind wir. Ich move mal. Klick. Boah. Woo. Die ist hier rumgegangen, ne? Was macht das, oder? Ich geh da lang. Ach, Mist. Okay. Ich wollte die aufwischen. Ich blick noch. Ich blicke noch. Ich blick überhaupt nicht durch. move klick äh kein select hä attack 1 defaid ja hä ich hab doch defaid ich hab ich bin hier überhaupt nicht durch wie ich gar nicht durch das ist doch so wie cool da hat es auf die 12 gekriegt hier sind karten in der mitte wir wollen zu stoppen hund oh oh was war das denn mit der waffe kriegt die da irgendwas die hat noch halbkarten ich ja oh mit dem soll ich es mal versuchen Protagonistprivilegien also äh Hauptdarstellerprivilegien attack plus 1 ja komm ja ha 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 ja 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 3 was was geschieht hier Max ja 2 also wir müssen die da besiegen wahrscheinlich oder 3 Player 3 Ich kann ihn nicht auswählen, aber ich kann ihn nicht auswählen Ich glaub mal da lang. Hi! Challenge to battle Die Klingel ist heftig, ne? Komm ich versuch's mal Wieso kann ich nicht auswählen? Ich hab so viele Karten gewählt Oh oh Mist Defense Ich hab da aber defaded Wieso krieg ich dann trotzdem Schaden? Mit mehr Punkten als sie gewürfelt hat als Angriff Player 2 Es geht auch um die Stamme zu sammeln oder was? Player 3 Ich hab acht Ich meine mehr als ich Ich will nicht gegen die kämpfen Player 4 Oh, ich hab fünf Stamme gekriegt Alles klar Okay, okay, okay Ich hol aus jetzt Dangerous Pudding hat die gekriegt Okay Er ist irgendwie cool Da ist welche verloren Move Click No Wovor lande ich? Was ist das für ein Feld? Hier war ich irgendwo hingewoopt Ich geh mal an Oh, ein Kampffeld Click Ha Wait Click Yes Sehr nice Das war ein guter Kampf Das war ein guter Kampf Ich muss halt mehr Happi mal kriegen wieder 23 Ne, ich hab sieben Ich hab sieben Warum? Warum ich sieben? Jetzt hab ich zwölf Ich hab nicht mehr Mist Ich hab mich so gefreut Okay Oh Die ist heftig Oh, nice Was ist das für große Stanne hier? 2 Mit mehr als er 2 Wofür sind die Sterne gut? Okay 2 Ich hab keine Karten Ich steig da nicht richtig durch Aber es ist irgendwie cool Do you want to stop at home? Kann ich mich healen, ne? Ja 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 10 12 11 14 15 15 17